1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Moin, Bo hier für Drums & Percussion und zwar mit dem ersten Video zu der neuen Workshop-Reihe Pimp Your Six. Es geht also um den Six-Stroke-Roll. In diesen Videos will ich aber gar nicht viel erklären, sondern eigentlich mehr vorspielen. In der aktuellen Ausgabe ist ja eigentlich alles zu den einzelnen Übungen gesagt und ich spiele euch jetzt einfach mal die Notenbeispiele vor, damit ihr hören könnt, wie das Ganze klingt. Und zwar spiele ich die ersten sechs Notenbeispiele, also die verschiedenen Akzentkombinationen, jetzt mal mit zwei verschiedenen Klicksounds vor. Jeweils vier Takte und das erste ist immer eine Variante mit einem normalen Klick, also der auf 1 eine Betonung hat und dann einen normalen Klicksound hat. Und das andere ist dann so eine Stimme, die zählt, damit man so ein bisschen besser verfolgen kann, wo im Takt man ist. Also viel Spaß damit. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1 Okay, das also mal die ersten sechs Sticking- bzw. Akzentmöglichkeiten für den Six-Strock-Roll. Die Notenbeispiele 7, 8 und 9 sind ja nur in Anführungsstrichen die Fußbegleitungen, die man dazu mal ausprobieren kann, um so eine kleine Independence-Komponente mit reinzubringen. Das Notenbeispiel 10 ist jetzt mal eine Anwendungsmöglichkeit, also einfach Eintakt-Groove und dann Eintakt-Fill-In mit einem dieser Stickings. Als Beispiel habe ich das dritte Sticking genommen, weil das eine kleine Besonderheit hat, wenn man so will. Das hört nämlich auf der letzten Sechstole sozusagen mit rechts mit einer Ghost-Note auf und es käme eigentlich über den Beat der nächste Schlag. Aber da ist dann ja schon die Eins von unserem Groove und da will ich mal zeigen, dass man dann vielleicht mit links crasht bzw. mit links die Eins des nächsten Taktes Groove spielt. Dann kommt man da ganz gut raus. Ansonsten wird es für die rechte Hand sehr stressig. Das ist jetzt so eine kleine Besonderheit bei den Stickings, die mit einem Schlag der rechten Hand aufhören. Ansonsten wünsche ich aber jetzt erstmal viel Spaß beim Üben und verabschiede mich zum nächsten Teil von Pimp Your Six. Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao!